So, ich muss mich nur kurz verabschieden. Hallo! Hallöchen! Michael, das ist meine Chefin. Hallöchen! Das ist meine Chefin, das ist auch geil. Ja, dann zeig ich mich von der besten Seite. Ja, danke, danke. Das mach ich auch nicht, also musst du das auch. Aber er trage ich dir eben vor seiner besten Seite, deswegen ist ja auch... Achso! Jetzt bin ich verlegen, du! Nein, was soll ich sagen, ich bin die ganze Zeit wegen dir verlegen. Oh, Hallöchen! Der Schrei gerade war, weil die beiden... Ja, das waren die Kinder und Steffi und... Meistens sind die Schrei von Steffi, weil die hat echt eine Laude, es war gerade eine Kanker, die kann ich nicht leise reden. Danke. Ich glaube, die werden wir sogar hier hören, wenn es gemütet ist. Ja, ey, das war ein Kostum-Match. Da hat sich der T-Camp... Da hat sie gesagt, ja, zwei sind unten und dann... Zeit ist klar. Da hat sie gesagt, ach, zwei sind unten, Zeit ist klar. Aber es war... Steffi war im Gegner-Team, Mike. Und dann haben wir uns... Und Vision war bei uns. Und da hat ein Mate von uns halt quasi ihren Call gehört, was für ihre Mates galt, aber nicht für uns. Da hat er gesagt, nur, geblenden, geblenden, äh, zwei sind ja unten und ich geblende und werde einfach entschossen. Ich dachte so, hä? Was ist das, come on? Ich würde auch Nuke probieren, weil ich die selten spiele. Aber sie macht Spaß. Die ist aber nicht in unserer Router drin, Dui. Nicht in was? Nicht in unserer Router, in der Operator-Auswahl. Achso, ja, aber es geht generell darum, das Feeling zu kriegen, wie man sich halt so als Fraggle so umbewegt. Ich kenn... Das ist für mich echt Neuland. Ich spiel eigentlich nie als Fraggle. Ich kann meine Akademie auch nicht erklären, weil ich eigentlich ja nicht rumfraggle, weißt du so. Also, ich geh ja nüchst durch das Gebäude und so, bam, tot, bam, tot, bam, tot. Da geht sogar Blenden, obwohl sie jetzt gar nicht frei ist, so. Alter, du bist bei mir voll verrückt, du hast nix in der Hand, Mann. Hier oben ist ein Hedge, wo die Gegner runter trocken, da kannst du die abnehmen. Die Pistole hältst du so schwebend in der Hand. So, hier, den Enkel, und wenn du hier stehst, hier diese Tür. Okay. Aber auf jeden Fall hier oben aufpassen, auf unsere Skylight. Ah, ich hab die beste Hitbox. Die können ja hier runterpicken. Von hier können sie ja auch kommen, gell. Genau, von White Stairs können sie kommen, ja. Hätt, wieso spielst du eigentlich nicht? Ich spiel dich doch gar nicht, Ui. Alter. Mike, what the fuck. Deine, dein Leech-Modell-Vakuum-Zeit-2-D. Yeah. Oh, fuck. Relo. Guck mal, was macht mehr da? Er beobachtet die Sachlage. Ja, ich warte, auf wie man da sitzt. Ja, das ist doch. Ich hätte da gerade den Kopf treffen müssen, aber nein. Egal, tut es tut. Ist egal, wohin das bin. Ja, Mike, das liegt einfach dein Operator, weißt du, an den Augen. Da kannst du nicht viel sehen. Der war flach. Der war flach. Der war flach. Da muss ich sogar rutschen. Alter, sorry. In so einer Weißen eher halt, ne? Links ist er. Nein! Nein, scheiße! Nein! Nein! Also, Dui, über deine Schilderziehung müssen wir nochmal reden. Du spielst kein Gojo mehr. Gojo-Verbot. Da steht wieder ein Gojo-Schild in der Nähe. Ich hab Angst. Ja. Wieso kommst du so was? Ich hab gehört, wie wir bannen den, 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 ähm, den Gojo, damit Dui ihn nicht picken kann. Oh, 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 oh. Gut Job, mate. Wurde ich aufgeregt, Job. Ja, Stairs, Alter. Einatmen. Der Jäger. Die Watt ist offen. Server sitzt der Legion. Server kann der absmogen. Noch mal absmogen. Geräge in die Tür. Schönen wir los. Schönen. Schön. Der Klima, Diffuser. Ich hab die Cam da hinten. Äh, ist es reach, 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 reach. Ah, war doof, sich da wieder zu beleben. Wieder. Dui, hinter dir. Ab Ash, sorry. Ich hab zu Hause, die getroppt ist. Woanders gesetzt. Scheiße. Ich wollte einen Kill haben, Mann. Das war, glaube ich, scheiße. Ich hab einen Abuser. Was? Wo ist denn der? Die liegt auf dem Boden, im Bad. Schön. Hab da einen drin, Julian. Äh, er hat mich durch die Barrikade einfach so zerschossen. Ich bin einfach nur der Clou. Okay, jetzt liege ich dahinter, ja. Okay, jetzt liege ich dahinter, ja. Hullflasht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Geh rein. Oh, der hat der ganze Welt, der Puls. Nighty, nighty. Oh, komm. Hab ihn. Oh, der Banner getroppt. Oh, Gott, schnapp er aimt. Nice. Oben, Bananas, Burris. Genau, Gott. Spät, spät. Spät, spät. Spät, spät, spät. Wo die sterben. Alle bei dir? Da kommen mir mal jemanden, der Akkador. Nein, wir haben einen Akkador. Äh, Akkador. Ich bin egal, man auf VIP hinter den Boxen. Ab ihn. Ich bin in der Sting. So, okay. Der Fusor ist no one. Slash. What? Hallway einer. Einer beim Pooltable. Hinter dem Schild ist er vor dem Spiel, genau, gut Job Hat er gut gemacht Da habe ich ihn einfach in das Gefecht vergessen zu kommen, weil ich je gewahre Was mach ich? Astro Ted Ja Hinter dem Schreibtisch, hinter dem Schreibtisch ein Astro Hinter dem Schreibtisch In der Liesch ist auch Oh Mann Okay Kev nach den Lösen Ja, ziemlich low Operator standing Ja, irgendwas Operator standing Na ja, oben Holt sich nach Dassen Wenn du... also... Warten wenn du hoch bist Dann Chat Schön gespielt Links von der Hooper-Tor Oh, ey, die ist zerstört Oh, ey, die ist zerstört Smoke dead Ja Ich hab Blut Äh... Halt dich zuerst, ich kann die Kohlen wenn ich zuerst doch Nein, hier... Nein, hier... Nein, Mann Nein, hier... Nein, hier... Werden wir... Eine Rotation, einer? Dock Rotation? Den kannst du nicht mehr Pass auf, wo wir lassen... Ich kann nicht durch Sunrise Sunrise Nein Jetzt haben wir es ohne Kontrolle Schön Alter Wo ist das? Wo ist das? Das Mox? Hast du noch hinten? Was hast du erst gemoved gewesen? Beim Hedge ist er jetzt? Beim Hedge ist er jetzt? Wie will ich den? Einer noch, Checkl Einer noch Ich wird Es geht Was geht denn da? Hi Gustav Klemmer Hä? Der war unten Mainlogging, der gesessen hat Der war unten Mainlogging, der gesessen hat Ja... Oh, was ist das? Da ist einer Wann Tee, wo bist du? Oh oh Ach so hier Was ist das Wingo? Ja genau Nein Ich hab's zu tun Ja! We're loading! Ah, 4 fans Torberkore, John, noch einer Bucked Bucked Go Rechtsseite? Ja! Master, 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 Master Ich hab die Füße für mich Master White White Letzter Master, Letzter Master, Letzter Master Wasser Oh, Gunn-Statuin Was? Guck mal auf den Schau mal, wer ist das? Pipes immer noch Bandits? Noch einer, Yellow oben Sag mal, ich spüren mehr Leuten oben als unten Das ist eine beste Füße für mich Das ist der beste Füße für mich Der letzte Füße für mich Whitecar, 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 Whitecar Linkseite! Kautantil! Fliefeuer! Gleiche Seite? �ke Seite! Linke Seite! Mit der Drohne? ja ich bin ja ja ich bin da gemacht du ihn ja 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 cash das hoch war das cash das? nein das war cash das du bist so ein Gott Junge Schuss aus Rattasat tot Jan hallo? die ist durchgerusht ja erst zu wer ist das? losgehen ja 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 Ich finde das auch gut. Obwohl sie eben so do... Ja. Oh, das ist das B-Boi. Oh, das ist das B-Boi. Oh, Monti ist das. Boah! Das waren wir alle!